Hallo und herzlich willkommen bei diesem Anleitungsvideo. Mein Name ist David, ich komme aus Köln und ich bin der Gewinner des Sonderpreises der Tom-Kreativwerkstatt im August. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr meine Gewinneridee, die Couch Reclaimed Wood, ganz einfach nachbauen könnt. Zuerst runden wir die Kanten aller vorgeschnittenen Bauteile mit Schleifpapier ab. Allerdings nicht zu viel, damit der rustikale Charme nicht verloren geht. Für eine Armlehne verschrauben wir zuerst die vier Seitenbretter mit zwei Verbindungsleisten. Dabei lassen wir die Leisten unten genau 8 mm überstehen. Die übrigen vier Seitenteile stellen wir genauso her. Als nächstes verbinden wir jeweils zwei der Seitenteile mit einem Seitenbrett an der Vorder- und Rückseite. Jetzt passen wir den Deckel auf die richtige Länge an und schrauben ihn von oben auf. Nun können wir die Position der Halteleiste anzeichnen. Und danach an den Seitenteilen festschrauben. Zum Schluss befestigen wir zuerst die vordere Traverse, dann Sitzfläche und Rückenlehne und die obere Abdeckung. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Oberfläche jetzt noch mit Wachs oder Lack behandeln. So haben wir schnell und günstig eine schicke Couch aus Holz gebaut, die garantiert zum Blickfang eures Wohnzimmers wird. Auf tom.de findet ihr eine Einkaufsliste aller Materialien, die ihr für den Nachbau benötigt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fσωher von dem Nachbauen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020